Ich bin David und ich habe angefangen mit B-Boying Breakdance und habe daraus eine neue Tanzform entwickelt. Ich bin immer mal in die Kubrickbrache, weil die hat sich so ein eigener Space gebildet. Ich bin auch selbst seit eineinhalb Jahren jetzt fast schon, habe ich keinen festen Wohnsitz mehr und finde irgendwie interessant die Vorstellung sich so einen eigenen Space aufzubauen. Gerade an diesen Knoten, an diesen Nichtorten, an denen wir uns heute befunden haben. Das waren ja hauptsächlich so Knotenpunkte, wo Leute eigentlich nur in der Regel vorbeigehen, vorbeiziehen. Und gerade deswegen triffst du unglaublich viele Leute sogar auch. Ich kann das auch noch gar nicht beschreiben, das gefällt mir einfach. Ich glaube, wenn man es sieht, dann weiß man es, was ich meine. Ich Authority bis zum Zit imprescind OLSON2 Ich bin gläubiger bei da, wie ich meine accidentally schicke. Mein Frau, die Orbeige hier nicht stato, war ich glücklich sterben. so mit der Schule was ein bisschen wie auf ausgebete ich meinenEN, da erlebte ich mich schon mit운전. Ich bin weiterhin bereit zu sein. Ich habe durch Freelarning nicht den schnellsten Weg von A nach B oder den kreativsten, sondern den schnellsten und kreativsten Weg zu mir selber gefunden. Auf der Straße kommt man halt überall ziemlich leicht irgendwo hin, welcher bieten und dann auch der Ausblick, das ist immer so ein Gefühl der Freiheit, so würde ich es formulieren. Ich denke, man kann viele Dinge in Leben versuchen, aber die Erleuchtung kommt von es für so lange, bis ich nicht fühle mich, und dann finden eine neue Lähe. Also gehen zurück in die Erleuchtung und finden etwas Neues und Interessantes und Explorung. So, continuously digging into this one thing. The more you dig, the more you find, and that's where you find your passion. Panasonic 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 Vielen Dank.